Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute hier auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Honkai Impact. Viel Spaß beim Video. Okay, los geht es. Lass uns das anschauen. Ich wollte mich gerade über Facebook einloggen. Das war ja nur ein kurzes Video. Ich wollte mich gerade über Facebook einloggen. Wo ich die Spiele immer mache. Aber irgendwie geht das nicht. Deswegen muss ich jetzt über mein Google Play mich einloggen und den Spielstamm weiterspielen. Ich hoffe, der war nicht allzu weit weg gewesen. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch, dass ich großartig bin. Ja, das war der erste Kampf. Also, war ich mit dem zweiten Account nicht ganz weit. Warum kann ich mich nicht über Facebook einloggen. Mensch. Egal. Wobei. Jetzt hier. Äh, nichts besser. Oh, okay. oh oh, ach, ach, ach das verdammte Sachen eigentlich also übrigens die zehn minuten die ich spielen muss sind schon um die waren schon um beim ladezeit ich hab ja um viertel nach angefangen das spiel zu starten ist jetzt halb also fast 15 minuten es kommt so große maschine auch die war das Das war's für heute. So, das war der zweite Kampf. Lv. 3, ist gut. Lv. 4, ist besser. Und da sind wir. Lv. 4, ist besser. Lv. 4, ist besser. Lv. 5, 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 ist besser. So, jetzt braucht man die Sachen noch gar nicht einladen, weil wenn das zu Ende ist und der letzte Besieg ist, ist gar nicht so automatisch ein gesammelt. Ja, wie sehen, ich bin zum Ziel hingerannt, also zum blauen Kreis und das letzte Teil wurde eingesammelt. Oh, jetzt bringen wir das Ganze. Shift, was ist das? Okay. So, und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wenn ich Schiff drücke, ist die Maus danach irgendwie mal in der Mitte, das ist doch ein bisschen doof, das mache ich das nur mit der Maus. Ah, genau, für Serien, Serien, für die Ausschnitt. Oh, nein, ich hab da. Wow. Was Legendäres. Die ganzen Videos kann man sich hier anschauen nochmal, schön. Finde ich immer schön, wenn ich sie mir auch so Storys anschauen möchte, schöne Idee. So, ich hab da auch reingegangen, in Discord, Discord, Escape drücken, jetzt Menü rein. Okay, dann denke ich mal, wir werden noch einen Angriff machen, dass wir das erste Kapitel durchspielen. Und wenn ich da, was ich mit dem Thema Sitzel hierher hinbekommen hab, was ich finde, das ist eine große Sache. Also, wir werden noch mit ihm. Ich will nur noch einen Angriff von nachschauen. Und seit denn Erdogan's sind richtig. So, dass ich sie so benutzen kann. Und ich bin so benutzen, dass ich dann ein paar Beispiele hinausgegeben habe, und ich bin so benutzen. Und ich bin so, dass die Eich- und Eich-Ai-Chief-Güßelung ein bisschen mehr da ist. Aber ich bin so, dass ich nicht so benutzen kann. Also, dass ihr hier in der Seite einen Angriff zu Marioerts events gemacht werden soll, dass sollte das erste Mal schon damals immer wieder kompetent hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Ah, warte mal, wir sind zu spät, wir sind gerade schon wie viel, weil ich sagte hier vor das erste Kapitel durchspielen Naja Dann Oh, meine Oh, meine Das war's für heute. Ja, das war's für mich. Du machst auf jeden Fall mehr Schaden. 1.8. Nächste Phase. Da wollen ein paar Leute sterben. 2.8. Nächste Phase. Wie, war er daun? Ne, er daun. Wo ist da? Rana Ultina ist voll übel. Lass alle abschrauben. Oh, noch mein ganzes Leben. Hat sich nichts verändert. Oh, du... Meinei-Sama, Kiana... Verabedio... Blu-Nya, bitte nicht mehr. Verabedio. Oh... Blu-Nya-chan... Es war gut. Sie sind auch frei. Meinei-Sama... strainer. Velro-Encharakter. Oh, okay. Und noch ein neuer Charakter. Schön. Das ist die Überraschung des Überraschungssystems. Herr Kachow, Sie können die Sub-Skills unlocken und ermöglichen. Okay, ist noch ein Taput. Was noch? Das ist neu. Ah, neu, neu. Gut, gut, gut. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Zurück. Ich sitio alle. Wir schauen. Wissen! Level 40, Level 50, Level 60, okay. Vielleicht größtens bis Level 66 ging das. Kapitel 1 gleich fertig. Sie ist Mech, Bio und Suche. Sie ist ja blau, Mech, deswegen ist sie gut gegen Bio, Bio gut gegen Suche, Suche gut gegen Mech. Sie sind 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 Mech. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachschau Ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie, weil sonst bin ich gleich down. Ich glaube, ich brauche ein bisschen zu sehen. Naja, trotzdem geschafft. Nächste Phase 1, 10. Naja, just hit it. 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 Also ich glaube, das ist mit dem Handy ein bisschen besser zu spielen, wenn du zwischendurch über den Knöpfe hin und herwechseln möchtest, weil mit der Maus musst du dich immer bewegen und wie gesagt, wenn ich mal Knopf drücke, dann ist meine Maus auf einmal da oben und dann kann ich dich nicht mehr angreifen, dann muss ich mit der Maus wieder nach unten scrollen, scrollen, nach unten gehen mit dem Corsa, ja, das ist dann ein bisschen... Nicht so gut, aber macht Spaß das Spiel, weil ich glaube später kann man auch automatisch kämpfen lassen, noch ein Charakter, Uf, 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 uf... Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Bonus. Noch ein Bonus. Ah, heute schon der nächste Tag. Weil es ist ja jetzt 4 Uhr. Genau. Genau 4 Uhr ist es gerade. Also wird das Spiel um 4 Uhr resetet. Und wieder noch mehr Energie. Jetzt haben wir 200 Energie. Und ich glaube davon war auch vielleicht das Ende. Let's go. Sie isst mich. Das sind normale Menschen. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Das war's für heute. Was ist mit den Dingens? Ist auch gemein. Das hier ist auch gemein von wegen. Weil wenn mehrere Leute da sind und einer schießt auf dich, wird das angezeigt, wo du gerade bei anderen ankämpfen willst. Dann kannst du den einen Schlag nicht ausüben. Das hier ist gut gegen mich. Okay. Das war's. Okay. 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 4.930 Leben 4.930 Leben 5.930 Leben 5.930 Leben 5.930 Leben Noch 2 Runden Noch 2 Runden dann ist das erste Kapitel abgeschlossen induz es 10 Okay, da ist noch was. Weißer Quaid, also sie auf Level 10. Ja, da ist er gleich fertig. Vielleicht schaffe ich es hier noch. Dass der weiße Komet auf Level 10 kommt. Wenn nicht, muss ich gleich ein bisschen nachhelfen. Genau. Wir müssen da immer noch das... Egal. Ignorieren wir das einfach. Basics. Was ist's? Hm. Nichts zu meinem Vorhaben. So. Aber Münzen. Das ist doch gut. Tut 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 tut. Komm, ich bin auch schnell fertig. Ich hab noch 3 Minuten. Okay. Dann. Ich bin jetzt schon fast eine Stunde am Spielen. Und... ... ... ... ... Das war's für heute. Ah, die Fallschule. Auch hier ist die Maschule dabei. Oh, die Fallschule. Ja, ich bin... Und das ist... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Woh... 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 B resursele... Woh... Woh... Ich habe den Das kommt mal. Das war's für heute. 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 Genau. Einfordern. Und einmal den weißen Komete upgrade. Upgrade. Bestätigen. Skill. Und was Neues erlernen. Freischalten. Und freischalten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und das war's für heute. 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 Und das war's für heute. Stay in the middle. Und das war's für heute. Das war's für heute. Hier wird auch immer schön dahin geführt, wo man den muss, das ist gut. Und die andere soll auf Level 13, zu der wollte ich sowieso jetzt hin, weil ich wollte es ja eigentlich mindestens auf 10 machen, aber jetzt soll ich es auf Level 13. Level 12, Level 13 bestätigen. Dann passen wir den Skill nochmal an, haben wir noch genug Punkte, 300.000. Mach mal schnell, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen noch so viel machen. Gut, dann ist das hier jetzt so auffällig. Kein Fall, kein Neu, alles weg. Level 13, wo wir den Erfolg auch noch haben. 2, 1, 2, 3. Und jetzt geht es los mit Kapitel 2. Aber ich würde mal sagen, das könnt ihr euch ja dann selber anschauen. Jetzt muss ich erstmal eine Faser runterlärmen, weil ich den rote Punkt sehe. Klicken, klicken, fertig. Und dann, ja. Ja. Und dann warten wir noch mal kurz. 1, 2 Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Bis wir hier fertig sind. So. Und fertig. Einfordern. Das, was neu ist. Egal. Vorräte. Vorräte, was neu ist. Ach, genau, das wollte ich auch noch machen. Bevor ich das vergesse. Valkyra. Ich wollte noch mal bei der reingehen, weil die hat hier eine neue Waffe, ne? Tauschen. Ok, welche ist besser? Ah, die ist besser, die drinnen. Und hier. Abgräten. 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 Geht nicht. Gut. Ok, wir können mal die Fähigkeiten, oder wie nennt man das, den Skill Upgraden. Auch nice. Skill. Nee, das ist Skill. Stigmata. Gut, dann sind wir gleich fertig. Eigentlich wollte ich ja schon lange fertig sein. Aber ich finde dann immer auch viele Sachen. Was ich dann noch schnell machen möchte. Ach. Schlimm mit mir ist sowas. Einfach kein Ende finden. Wieso? Jetzt der letzte Charakter. Upgrade. Geht nicht. Verfeinern. Geht auch nicht. Ok. Hier. Upgraden. Ok, die nächsten Upgraden. Ok, die nächsten Upgraden. Ich bin noch ein bisschen stutzig. Upgraden kann ich nicht. Verstärken. Verstärken. Das Gehen. Verfeinern. Verfeinern. Brauche ich so ein... Was ist das? Ein Kristall, der explodiert. Naja. Egal. Gut. Das war alles gewesen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Bis zum Glück. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.